So, gut Leute, dann würde ich nochmal abflachen gehen eben. Ich weiß nicht, will ich hier wirklich wie in einem Weg hinsetzen? Auch hier wenigstens wo das Lebkuchenhaus würde ich ja gerne ein bisschen abflachen. Guck mal was hinbekommen. Dann würde ich mir hier so ein bisschen einen Weg reinsetzen. Es muss ja nicht total eben sein. Aber wenigstens so ein bisschen eine Art Weg hätte ich hier schon gerne. So. Das ist jetzt nicht ganz so leicht, dass ich hier gerade die Stelle. Aber schade, schade, dass es hier keine Zuckerwatte gibt, ey. Ich bin mal übelst großer Fan von Zuckerwatte. Es war mal ultra nervig bei Zuckerwatte, dass dann immer das komplette Gesicht da in Übelst klebt. Bei mir ist es zumindest immer so gewesen. Aber ist egal. Zuckerwatte ist geil. Wenn ihr auch Zuckerwatte mögt, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Ne Leute, müsst ihr nicht. Könnt ihr trotzdem, Mann. So, hier lang. Ja, ich glaube, so viel tun das jetzt leider gar nicht mehr. Weil ich das ziemlich klein mitgemacht habe, das Raster. Ich mach mal doch noch ein ganz kleines bisschen größer. Hier. So. Wir setzen das mal hier an. Ne, wir dürfen nicht so an dem Baum dran, weil sonst machen wir den weg. So, und hier erkennen wir es dann aber auch wieder ein bisschen. Oh, da ist ein Loch drin. Okay, das machen wir auch noch weg. Das teamen wir uns aber hier noch mal 1, 2, 2 Sekunden. So. Wie gesagt, unten die Dinger, die machen wir dann später weg. Die machen wir dann später weg. So gut, Leute. So, dann erst mal wir auf der Wolke landen. Nimm, 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 nimm. Das sind aber irgendwie irgendwie wieder hinbekommen. Verlassen, bitte. Und dann lasst wir es mal eben hier langlaufen. Oh, das ist auch wirklich gefährlich hier, die Stelle. Aber wir sind ja hier, das ist ja noch nicht fertig. Wir haben ja da noch gar nicht viel jetzt gemacht. So. So, und hier geht der Vater lang. Jo, das funktioniert. Das ist doch in Ordnung. Das ist doch wirklich in Ordnung. Ach, guck mal hier, das sieht hier echt schon toll aus. Das ist halt noch fucking gefährlich. Hier langlaufen. Ja, aber das ist krass. Wir müssen überlegen, wie schnell wir das jetzt hier erstellt haben. Wie wirklich auch in kürzester Zeit, was man hier für große Sachen dann, oh, wo aufpassen, was man in kürzester Zeit für krasse Sachen dann hier erstellen kann. So. So gut, Leute. Es ist zwar noch nicht sonderlich groß oder sonderlich episch, aber es ist schon mal besser als gar nichts. Ich überlege jetzt noch gerade, wollen wir dann jetzt noch ein bisschen hier weiterbauen oder will ich erstmal noch ein bisschen erkunden und Sachen freichalten? Hätte ich auch Bock drauf. Weil ihr hattet ja auch geschrieben, dass es hier auch Dinos gibt und eine Bazooka und so ein Zeug. Und das hätte ich ja eigentlich schon Bock, dass sowas freitisch halten eigentlich. Dann können wir halt gleich mal testen, ob wir irgendwie in der Lage sind, das hier wiederzufinden. Es wäre ja auch schade, wenn ich jetzt hier stundenlang baue und dann finden wir das gar nicht wieder. Deswegen, also wenn ihr wisst, wie man das am besten anstellt, das Wiederfinden, dann schreibt mir das am besten mal in die Kommentare dann rein. So. Gut, ich wollte es aber nicht. Ich habe schon Bock jetzt noch ein bisschen zu erkunden, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte mich jetzt erstmal auf den Hubschrauber hauen oder ins Flugzeug und dann erstmal wieder ein bisschen rumfliegen und hoffen, dass wir noch ein bisschen was entdecken. Aber ich gehe stark davon aus, wir haben bis dann immer irgendwas entdeckt. Also machen wir das jetzt. Nein, ich will die Wolke kaputt machen. Wir lassen es jetzt erstmal so. Ich werde wahrscheinlich nochmal ganz schnell runter machen und das Abflachen machen wir dann später. Das machen wir dann später, das Abflachen. So, Flugzeug, 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 Flugzeug. Wir erkunden jetzt erstmal ein bisschen. Oh, ich bin wieder mein Pirat. Weil, das ist ja, wir sind Pirat, wenn wir erkunden. Das ist unser Erkundungspirat. Ich bin manchmal so unfassbar kreativ. Ey, das ist der absolute, ich bin doch gerade völlig falsch. Der absolute Wahnsinn ist das. Also, Objekte, Fahrzeuge, Flugzeug. So, auf, auf geht's, Leute. Hui, da muss ich aufpassen. Wir erkunden jetzt erstmal weiter. Ich habe halt Angst, dass ich das dann nicht mehr wiederfinde. Aber wenn ich das hier nicht wiederfinde, weil, wie gesagt, das hier machen wir dann später noch weg, hier diese Verrunkel da. dann ist es blöd gelöst in dem Spiel. Aber ich hoffe ja, dass es irgendeine Variante gibt. Muss man dann einfach mal gucken. So, ich werde das mal ein bisschen nach unten fliegen. Irgendwann bitte wieder. Oh nein, nicht raus. Scheiße, das... Nein, ich wollte eigentlich raus. Ich wollte nur das hier wegmachen eigentlich. Und das sinkt jetzt das Flugzeug, oder? Kann ich da einsteigen? Okay, das war zu spät gewesen. So, ich hole mir nochmal ein neues Flugzeug. Ist ja alles kein Problem. Wir sind ja bei Lego. Und nicht bei GTA oder so. Es gibt halt auch keine Karte. Das ist halt... Wenn es hier eine Karte gäbe, wäre das alles so einfach. Aber die gibt es dann halt auch nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich eigentlich. So, okay. Also hier, wie gesagt, wenn wir das jetzt hier nicht wiederfinden, dann weiß ich auch nicht. Das ist zumindest sehr, sehr offensichtlich. Ich hoffe, dass hier irgendwo noch was ist. Nicht, dass wir jetzt hier im Bermuda-Tragik landen, oder so. Huch! Ist das immer noch die Insel, oder ist das jetzt eine neue Insel hier? Ich weiß es leider nicht. Uh! Das ist aber wirklich jetzt ein Bagger, Leute. Das ist wirklich ein Bagger. Das ist wirklich ein Bagger. Wirklich ein Bagger. Juhu! So, vor allem kann man... ...Gelände graben, Leertaste. Moment, das probieren wir gleich mal aus. Bagger, Bagger, Bagger. Gelände graben, Leertaste. Ah, okay. Damit kann ich einfach mal eine E-Belle. Also, das sieht aber auch witzig aus. Oh, krass, Leute! Ich kann da sogar Höhen bauen! Okay, ich muss jetzt hier... So kann ich übelst krasse Tunnel machen. Okay, ich habe jetzt aber Angst, dass ich jetzt hier nicht mehr rauskomme. Also, was? Kamera ist gerade ein bisschen nicht so cool. So. Okay, und jetzt wieder in die Richtung fahren. Dann müsste ich eigentlich... Ja, okay, da reden wir ja. Ich komme, ich komme. Komm, weiter, weiter, weiter. Scheiße! Okay, ich muss aussteigen. Aber den schalten wir jetzt gleich mal frei, Leute. Warte mal eben. Das ist ja genial. Da kann man übelst krass Tunnel machen und das Gelände dann nochmal manuell eignen. Vielleicht gar nicht so schlecht finde. So, Bagger, Bagger haben wir hier. Und die Dampfweise, die holen wir auch gleich mal noch. Wir haben ja genug Münzen und das Boot auch. Und es stimmt, das war ein U-Boot gewesen. Das habe ich ja dann auch in die Kommentare geschrieben. Das hatte ich gar nicht geschnickt. Lass das mal eben ausprobieren. Jetzt hatte ich ja wirklich gar nicht geschnickt, dass das ein U-Boot ist. Aber recht, macht Sinn. Okay, ich dachte schon, ich kann es. Ich dachte, ich hätte es ja gestrandet. Sofort. Wenn ich jetzt Twin drücke, müsste ich eigentlich ins Wasser gehen. Das geht aber nicht. Moment, ich gucke mal. Ich kann nach der Tränen aussteigen. Ich kann damit nicht tauchen. Das finde ich jetzt auch ein bisschen schade. Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Dann halt nicht. Immerhin, wir haben Bagger gefunden. So, aussteigen wir, ne? So, wir steigen eben wieder ins Flugzeug und werden das einfach weitermachen. Mal sehen, was wir noch so alles finden. Wie gesagt, ich will unbedingt den Dino finden. Er hat geschrieben, es gibt einen Dino. Auf dem man auch reiten kann. So, wir machen jetzt einfach mal eiskalt in diese Richtung hier. Oder bin ich von dort gekommen? Wir machen mal in diese Richtung. Guck mal, das sieht auch gebaut aus. Da ist eine Truhe, da ist eine Truhe, da ist eine große Truhe. Das ist eine große Truhe, Leute. Eine große Truhe, eine große Truhe, eine große Truhe. Kommt dann mit dir. Und aufgemacht und reingeschaut und reingesprungen und rumgewühlt und eine Keule. Okay, warum nicht? Können wir unserem Steinzeit-Typen ja geben? Können wir da unserem Steinzeit-Typen geben, die Keule? Ich gucke mir mal ganz kurz bei Becque nach. Keule. Habe ich richtig erkannt. Großartig. So, gut, wir machen aber direkt jetzt hier weiter. Aber hier waren doch noch irgendwelche anderen Gebäude gewesen. Was ist denn das hier? Das sieht doch sehr, sehr künstlich aus. Das ist mal eben. Kann ich hier irgendwie rein? Sieht aber nicht so aus, als ob ich hier reinkäme. Aber da unten ist eine Lampe, aber das... Ich glaube, da komme ich nicht rein. Wir machen uns hier einfach weiter. Vielleicht ist es auch einfach nur Natur, sozusagen. Oh nein! Ich habe es heute echt drauf, Leute. Oh nein! Rufen wir hier. Ich habe ein paar Tage nicht mehr gespielt. Ich habe ein paar Tage nicht mehr gespielt, deswegen. So, die Kuh haben wir schon. Wir wollen den Dino. Wir wollen den Dino. Die ist auch nicht. So, aber spätestens jetzt würde ich wahrscheinlich die Stelle nicht mehr wiederfinden, wo wir die Wolke ausgebaut hatten. Könnte ich mir vorstellen. Zumindest nicht, wenn ich hier rumfliege. Ich würde die jetzt nur wiederfinden. Das ist ein Cowboy, oder? Ja, wir haben trotzdem irgendwas freigeschaltet. Ich würde die nur wiederfinden, wenn ich das irgendwie über die Koordinaten machen könnte, oder so. Oh ja, das ist auch genial hier in dem Canyon. Yeah! Das hätte jetzt überfunktioniert. Aber wir haben was freigeschaltet. Das habe ich absolut mit Absicht gemacht, weil ich glaube, das war ein Kaktus gewesen, oder so. Meine Lieblingspflanze, weil man den nicht so oft gießen muss. Ey, den haben wir noch nicht. Wartet mal eben, den haben wir noch nicht, den Kollegen. Komm mal her. Komm her. Das ist aber auch irgendein Cowboy. Ey, wieso treffe ich den denn nicht? Nein! Moment, wohn mal. Ich habe eine Idee. Mit der Arschbombe haben wir einen weggehauen, den Kollegen. Was ist denn das gewesen? Ich schaue mal eben. Was bist du, Gesetzlose? Ja, holen wir auch mal noch direkt hier. Können wir mit dem irgendwas machen? Ein schwarzes Pferd können wir mit dem holen. Ja, okay, war irgendwie zu erwarten gewesen. Oh, haben wir auch gleich freigeschaltet. Oh, da ist noch, da ist noch, da ist das. Das auch noch. Ganz viele Sachen freigeschaltet. Moment, den hier haben wir. Cowgirl! Nicht mit meinem Flugzeug wegfliegen! Moment, kann ich jetzt hier drauf springen? Hier komme. Oh, ich würde gerne mitfliegen. Achtung. So, kann losgehen. Ey, es kann losgehen. Okay, jetzt will sie nicht mehr. So, Jedi holen wir auch gleich mal. Wo ist das Cowgirl? Hier ist das Cowgirl. So, hätten wir. Was können wir mit dem Cowgirl? Können wir wahrscheinlich auch ein weißes Pferd holen, kann ich mir vorstellen. Wollen wir fliegen? Oder wollen wir reiten? Wir sind flexibel. So, nee, ich wollte mal eben gucken mit dem Cowgirl, was wir damit machen können. Was geben wir mit dem Jedi? Mit dem Jedi können wir gar nichts machen. Okay. So, Cowgirl. Ein weißes Pferd. Das haben wir aber schon, glaube ich. Das weiße Pferd haben wir schon. Aber die versuchen ja ständig wegzufliegen mit dem Flugzeug. Guck mal. Aber jetzt ging es irgendwie nicht hin. Kann ich irgendwie anstoßen? Kann ich dir Starthilfe geben? Nee, das klappt leider nicht. Na gut, die KI, die ist noch nicht ganz so super smart. So, ähm, das Pferd haben wir schon freigeschaltet, ne? Moment. Das ist weg. Wahrscheinlich, weil mir gerade hier die da drauf reitet. Na gut, dann ist mir auch egal. Ich bin wieder, ich mach wieder hier meinen alten Typen. Oh, Leute, das ist so schlecht hier. Guck mal. Das ist so, ich bin ja die KI, das ist witzig. Oder die Cowgirl sind nicht so sonderlich smart. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht, dass es nicht die schlauesten sind. Dann sehen wir, wie die auf eine Höhenbewohnerin reagieren. Hallo. Hallo. Netto. So, mal haben die einen Bart? Die haben einen Bart, oder? Die haben einen Bart. Ah, nee, das ist Lippenstift. Okay, das soll Lippenstift sein. Das sah erst aus, als wäre das ein Bart. So, warte mal, ich bin mal ganz kurz gegen die Keule. So. Na du? Ich habe eine Keule. Okay, aber die sind aber gerade ein bisschen überzeugt. Egal, ich steige jetzt ein. Moment. Rein hier. So, ich zeige euch mal, wie das geht. So, hier geht das Leben nicht. Tschüssü. Also, merke eine Höhlenfrau ist sehr viel Spaß. Schlauer als ein Cowgirl. So, was haben wir denn hier? Das haben wir schon, ne? Das ist die Dampfwalze. Die hatten wir, glaube ich, schon. Ja, wir machen einfach weiter. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht gewesen. Hier waren wir noch nicht gewesen. Hier erkunden wir mal noch ein bisschen. Aber hier sind wir die nervigen Skelette. Ich will den Dino, den Dino und die Bazooka freischalten. Und dann haben wir noch nicht gesehen. Und ganz viele Hottetehüs. Und mir würde mal interessieren, echt, wie groß das hier alles ist. Oder ob das wirklich unendlich groß ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es ja auch noch einige Schätze, die wir nicht entdeckt haben. Ich haue ja auch schon die ganze Zeit nach irgendwelchen... irgendwelchen Schildern und so. Guck mal, die Bäume, die hatten wir auch noch nie gesehen, glaube ich. Oder? Kann ich die freischalten? Eigentlich sind wir wahrscheinlich nicht so groß. Ich weiß es nicht. Das sind ja richtige Tannbäume. Was ist das hier? Okay, das ist einfach nur ein Baum. Ohne Laub. Hier sind wieder ganz viele Pferde. Aber das wäre ja auch ein schönes Gebiet hier für unser Zuhause. Aber ne, wie gesagt, wir werden die... wenn dann die Wolken weiter ausbauen. Wenn ich sie denn wiederfinde. Darauf kommt sie am Ende an. Guck mal, hier, hier geht es ruhig. Das ist ein kleiner, kleiner Bach oder so gewesen. Wir brauchen den Dino. Juuu. Da sind Truhen. Ey, da sind sogar zwei Truhen. Eine kleine und eine große. Eine kleine und eine große. Juuu. Nein, nein, nein. Nicht wieder einsteigen. Du musst die Truhe kaputt hauen. Moment. So, hätten wir. Nehmen wir alles mit. Und jetzt. Hier oben war das irgendwo gewesen, oder? Da oben ist er. Da oben ist die Truhe. Da oben ist die Truhe. So. Und aufgemacht. Und aufgemacht. Oh, wie sie sich anstrengend. Und reingeschaut. Und reingesprungen. Und rausgeholt. Und. Das haben wir doch schon, oder? Ne, ist das was anderes? Donnerbüchse. Gewehr. Okay. Cool, cool, cool. Sieht eigentlich fast genauso aus. Kannst du das ausrüsten? Kannst du? Wow, die hat ja einen richtigen Rückstoß. Alter. Ist ja wie Battlefield hier. Hat die auch so einen Rückstoß? Ne, ne? Ne. Okay. Na, dann müssen die müssen ja da ein bisschen mehr reinhauen eigentlich. Ich weiß es nicht. Müssen wir da mal gegen Gegner ausprobieren, oder so. Okay, cool, 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 cool. Ich würde immer mal interessieren, was ich jetzt mit der Kamera eigentlich machen kann. Hä? Was war denn das jetzt gewesen? Nein, das war es die Kamera. Kamera? Und dann schießt du trotzdem, wenn ich F drücke. Alter. Hahaha.